Das 99 zu 99 Prozent wollen nicht maßen. Ja! Alter! Da haben wir einfach 99 zu 99 gewonnen. Wie geil ist das denn? Ich hab gesagt, das ist wiederum. Wir haben... Ich stand 0 zu 99 und wir haben das einfach noch gerissen, ey. Ja, mein Stress. Gut, wir haben ein Match gefunden und tritten bei. Und wir sind auch auf Sendung. Oh, wir sind mal in China unterwegs. Da war ich schon lange nicht mehr. Müsste ich eigentlich mal wieder hin. Wir waren noch nie in China. Erzähl mal so ein bisschen, wie ist das denn da? Du warst ja beim Asiatenessen. Es ist genau das gleiche Lundgroß. Alter, Beijing und Hongkong und Xiamen. Also, wenn das nicht China ist. Und die Mauer habe ich gesehen. Aber soll ich euch mal was Ehrliches sagen? Ihr wisst ja, dass ich Historiker bin und man mich mit vielen begeistern kann. Aber die Mauer, große Mauer von China ist eine Mauer. Und die ist halt nur... Das einzige Krasse an der ist einfach nur, dass die lang ist. Aber irgendwie... Weißt du, so hoch wie der Dom oder so verwinkelt ist die jetzt auch nicht. Also, ich weiß nicht. Und es gehen tausende Menschen darüber. Ja, ich war frühmorgens da. Da war es noch ziemlich leer. Ich glaube, ich war um sieben Uhr morgens da. Es war minus zehn Grad. Und die Luft ist so verdammt dünn gewesen. Und das Beste war die Touri-Führerin. So, you wanna go hard way or easy way? Und die so... Wir natürlich alle so easy way. Und der easy way war wohl der hard way. Achtung, Tracer hinter euch. Hinter euch allen, Jan. Geht da hinter uns. Boah, schass ist das Mädchen, ey. Das ist nicht die richtige Probe für das Game. Wie viel da angegriffen? Komm, ein Schuss. Geht doch. Okay. Ich kann irgendwie mit McCree nicht so. Und wir sind wieder am verlieren, wie ich sehe. Ich wurde schön abgelenkt. Oh, nee, ey. Da wollte ich mir eine Ladung holen, ey. Und dann werde ich weggeknallen. Halt doch mal eine Frage, wie lange zocken wir jetzt eigentlich schon. Das ist keine Frage, die wir uns hier stellen sollten. Boah, hier ist ein Best-Shirt, ey. Was soll ich denn dagegen machen? Ja, und eine Tracer. Genau die. Scheiße, meine Batterie ist gleich leer. Ja, die machen das gut. Da kommen wir überhaupt nicht dran. Boah, ich habe fast Tracer gekriegt. Ja, alleine schafft man es nicht. Ich bin doch die ganze Zeit schon da. Und ich habe da rumgelebt. Nein! Dann hat mich dieser Soldier 76 Highlight fliegt und so ein bisschen. Ja, ich hätte geheilt werden müssen. Oh, thanks für die Wiederbelebung. Ja. Ich hätte geheilt werden müssen. Ich habe den Weg. Ich komme, ich versuche es ja. Ja. Doch, der Punkt gehört ja gerade uns, aber ich bin echt in einer kritischen Situation. Ah, ich kriege jetzt Heilung, gut. Dieser Soldier 76 ist so ein dummer Buffs. Boah, Heilung. Ich auch. Jetzt bin ich tot. I walk a lonely road. Oh, ich darf nicht singen, sonst wird das von der GEMA hier gesperrt. Nee, du darfst noch singen. Ah ja, stimmt. Covers sind erlaubt. Don't know where it goes, but it's home to me and I walk alone. Ja, man. Wichtig sein Nutten, so ein Kill, äh. Scheiße. Ich habe meine Spezialfähigkeit ein bisschen versemmelt. Achtung, Widow Maker. Roben, 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 roben. Sehr tot. Scheiße, ich k kitt uns jetzt alle. Nein. Ey, Junge haben die Ace99 get hepat. wie witzig ist das denn scheiß jetzt geht mich die tracer 99 zu 99 prozent wollen wir nicht passen ja da haben wir einfach 99 zu 99 gewonnen was ist das denn ich stand 0 zu 99 und wir haben das einfach noch gerissen guck mal ich hab ein stück fleisch aus einem haken hängt so welchen healer soll ich denn nehmen ne ne jan jp jan ist schon hier ok dann bleibe ich fahrer ja ja mach deinen raketensturm hilfe 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 ja warte ich komm ich komm komm von wo von überall ich weiß ja ich kann gegen tracernix machen die ist zu schnell wir müssen den punkt ein und lassen uns töten ich hab sie am haken sie ist tot geil links von welcher links von welcher david kommt schon hat mich wieder dieser soldier 76 dieser highlight was heißt denn kohle schuss jaja ich versuch's ja ja gut ist tot verdammt kette zu spät mccree um die ecke der schießt halt so langsam jeder schuss muss sitzen bei dem ich bin tot ich bin auch tot egal wie oft ihr sterbt habs so wir hatten den posten hier geht's nicht um kd so papa kommt jetzt schnell ich komme ja achtung achtung mccree hat seine spezialfähigkeit oh mein gott oh mein gott oh mein gott oh mein gott leute hohohoho die spezialfähigkeit aber ich kann nicht mehr lange halten ich bin tot das war geil richtig gut man richtig gut richtig gut yes mann das war so ein applaus für uns wir haben auch super getankt leute also wir haben super getankt und das und den punkt gehalten um mal nicht so viel dängig zu reden ob der gerne cool sauvage magt ich habe heute wieder cool sauvage der beste tag deines lebens gehört keine ahnung warum ja das gefällt mir auch verdammt ich wollte für jans stimmen verdammt wie kann ich das umändern gar nicht mehr ja mann ja ja jeder sind auch super die werden echt müssen geschätzt werden verursachte heilung ja stufe 11 kann ich jetzt die lootbox öffnen warum muss ich das spiel verlassen dafür nee ne 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 ne